Auf der Liste steht ein Film von Alain René, nämlich Muriel oder die Zeit der Wiederkehr. Ich mag generell Filme von Alain René sehr gerne, aber es war nun mal nicht sehr viel mehr Platz und deswegen habe ich mich für diesen Film entschieden. Er erzählt von einer Frau mittleren Alters, 45-50, so genau weiß man es nicht, die als Antiquitätenhändlerin in Boulogne-sur-Mer lebt. Boulogne-sur-Mer ist im Krieg sehr stark verwüstet worden, sowohl von den Deutschen wie von den alliierten Bomberverbänden. Und diese Stadt ist in sich völlig zerrissen. Altes steht neben Neuem, überall sind Brachen, es gibt auch noch Trümmer. Und die beste Metapher für das, was in diesem Film erzählt wird, ist ein Haus, neu gebaut, alles ist picobello, niemand hat es je bezogen, denn es steht so nah an der Klippe, dass man weiß, demnächst wird das Meer, das die Klippe langsam abträgt und die Klippe wird ins Meer rutschen, das Meer wird es verschlingen. Die Vergeblichkeit, die in dem Bau, diesem Aufbau, dieses Neuen liegt, und das Alte, in diesem Fall das Meer, stößt in diesem Film zusammen. Unsere Hauptfigur, Hélène, diese Antiquitätenhändlerin, wohnt in den Möbeln, die sie verkauft, überall sind Preisschilder. Einiges ist schon verkauft, man isst von Geschirr und sie sagt, seid vorsichtig, es ist schon verkauft, es wird in zwei Tagen abgeholt. Alle leben in einer Durchgangssituation, in einem Provisorium. Sie selbst, auch der Liebhaber, ihr ehemaliger Liebhaber, an den sie sich erinnern möchte, den sie deswegen eingeladen hat, und ihr Stiefsohn, der traumatisiert aus Algerien zurückgekommen ist, wo er Zeuge geworden ist eines Verbrechens der französischen Armee in Algerien und der deswegen in einer kleinen Höhle, könnte man fast sagen, zu der sich ein Zimmer ausgebaut hat, Beweise sucht, um dieses Verbrechen irgendwie zu dokumentieren. Alle sind unbehaust. Alle reden miteinander und keiner redet miteinander, denn jeder redet eigentlich am anderen vorbei. Jeder versucht mit seiner Sprache den anderen zu erreichen und erreicht ihn nicht. Jeder redet auch über etwas anderes. Alle stehen pausenlos auf, rennen zur Tür, setzen sich wieder hin. Und das geheiligte Zentrum eines fast jeden französischen Films, nämlich das gemeinsame Essen einer großen Familie mit Freunden am gedeckten Tisch, entweder drinnen oder draußen, man findet es fast in jedem französischen Film, es ist wie eine Art Sehnsuchtsort für Deutsche, die so etwas in diesem Maße überhaupt gar nicht kennen, wird hier ständig unterlaufen, weil das Essen erstens aus vorgefertigten Tupperdosen auf die Teller gehäufelt worden ist und eben nicht die Sorgfalt der Zubereitung hat, die man sonst aus französischen Filmen kennt, und ständig fehlt etwas und ständig klingelt etwas und ständig steht jemand auf und rennt und der andere setzt sich und der neue rennt schon wieder und holt irgendetwas. Die Unrast aller Figuren in diesem Film wird so deutlich, dass man merkt, alle befinden sich in einem Zustand, in dem sie nicht mehr bleiben wollen und nicht wissen, sollen wir nach vorne gehen oder sollen wir zurück in die Erinnerung. Es ist auch ein Film über zwei Kriege. Ein Film über den Zweiten Weltkrieg, an den sich Elaine, unsere Hauptfigur, erinnert und von dem sie glaubt, dass er eigentlich ihre große Liebesgeschichte mit Adolf, ihrem ehemaligen Liebhaber, den sie jetzt wieder eingeladen hat, zerstört hat und ein Film über den damals, ja, ich wollte gerade sagen herrschenden Algerienkrieg und ich dachte, ja, er herrschte, er herrschte tatsächlich, obwohl es ein merkwürdiger Satz ist. Wie der eine Krieg in den anderen greift, dass man sich an den einen Krieg erinnert und der andere ist ganz nah und keiner will diesen anderen wirklich wahrhaben. Denn der Stiefsohn Bernard, der Zeuge eines Verbrechens geworden ist an einem algerischen Mädchen in Algerien, ist der einzige, der sich der Realität dieses Krieges, den Frankreich damals führte, stellt. Das ist ein Film über zwei Traumata und es gibt ja auch heute noch eine Diskussion in Frankreich darüber, warum sich Frankreich nie bis heute nicht wirklich der Erinnerung an den Algerienkrieg und der Verbrechen, die da passiert sind, gestellt hat. Natürlich gibt es einzelne Bücher und einzelne Bemühungen, das zu tun, aber das Land als Ganzes hat sich diese Erinnerung nicht wirklich gestellt. René hält sich in diesem Film auch ein kleines bisschen zurück. Aber es ist für jeden, der schon damals wusste, was in Algerien geschah, deutlich. Es gibt eine Serie von Dokumentaraufnahmen, in denen nicht Verbrechen dokumentiert werden, sondern einfach nur französische Soldaten in Algerien. Es reicht. Darüber liegt die Erzählung des Stiefsohns von Hélène. Und man weiß nicht so recht, ist er selbst schuldig geworden oder hat er, weil er als Unbeteiligter daneben gestanden hat und nicht eingegriffen hat, ist er auf diese vermittelte Weise schuldig geworden. Auf jeden Fall, er fühlt die Schuld. Und er leidet unter diesem Trauma, dem sich das Land als Ganzes damals noch nicht gestellt hat. Das hat mich natürlich sehr an die deutsche Situation erinnert. Deutschland hat ja auch lange gebraucht, um sich der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg zu stellen. Und es brauchte erst die 68er-Generation, damit langsam da eine verdeckte Erinnerung überhaupt hochkam. Und auch heute weiß man, wie vieles noch nicht erforscht ist, noch gar nicht ins Bewusstsein gedrungen ist. Und man weiß auch, dass historische Zyklen so sind, dass dann eine nachkommende oder die noch danach kommende Generation es auch gerne wieder vergisst. Robert a reculé, dégoûté. Je les ai tous laissés. La nuit, je suis revenu la voir. J'ai soulevé la bâche. Comme si elle avait séjourné longtemps dans l'eau. Comme un sac de pommes de terre à éventrer. Avec du sang sur tout le corps, dans les cheveux. Aber Filme wirken ja nicht einfach, weil sie eine Geschichte erzählen. Das kann man ja auch auf sehr banale Weise tun. Dieser Film wirkt, weil er zeigt, die Erinnerung ist nicht einfach eine Geschichte, die sich aus einzelnen Momenten derjenigen, die sich erinnern wollen, zusammensetzt. Sondern die Erinnerung ist ein Netz. Und in diesem Netz taucht etwas auf, verschwindet, kommt wieder, bleibt ungeklärt. Zwei Erinnerungen stehen gegeneinander und schließen sich aus. Und keiner weiß, welches ist die richtige und welches ist die falsche. Und das zeigt René, indem er auf eine vollkommen ungewöhnliche Weise schneidet. Wir waren damals schon und sind es heute noch sehr viel mehr an eine Continuity in der Geschichte gewöhnt. Nicht umsonst ist der Beruf der Continuity so ungeheuer wichtig, damit die Anschlüsse stimmen. In diesem Film stimmt kein Anschluss, weil es gar keine Anschlüsse gibt. Der Film springt zwischen Tag und Nacht hin und her. Wenn Sie gerade noch am Tisch saßen und es war Tag, ist der nächste Schnitt schon irgendwo anders, am Hafen oder wo auch immer, oder meinetwegen sogar am Tisch und es ist Nacht. Deswegen weiß man auch am Ende überhaupt gar nicht, wie lange Adolf, der Liebhaber, der eingeladene ehemalige Liebhaber, da geblieben ist in dieser Stadt. Es ist vollkommen unbestimmt und wie man Zeit auflösen kann und trotzdem eine Geschichte erzählen kann, das hat mich sehr beeindruckt. René hat ja mit seinem Film letztes Jahr in Marienbad die Zeitstruktur auch aufgelöst, aber auf eine völlig andere Weise. Er hat eine Geschichte erzählt, die keine war. Hier erzählt er eine Geschichte oder zwei oder drei Geschichten in einer, die eine ist. Es gibt irgendwo eine Klammer am Anfang und am Ende. Am Anfang kommt Adolf, am Ende verschwindet er diskret, fast flüchtig, weil man ihm auf den Fersen ist und setzt sich nach Brüssel ab. Aber was dazwischen ist, ist in seiner Zeitstruktur völlig unbestimmt. Das sind Kühnheiten, die sich heute ein Film, der eine fiktive oder fiktionale, nicht fiktive, fiktionale Geschichte erzählen will, kaum mehr erlaubt. Wir sind in dem, was das Neue im Film sein könnte, das ästhetisch Interessante, früher hätte man gesagt das Avantgardistische, aber Avantgardismus ist inzwischen ein etwas missbrauchtes Wort geworden, sind wir hinter vieles, was in den 60er und 70er Jahren möglich war, zurückgefallen. Wir sind konventioneller geworden. Und vielleicht könnte man sogar sagen, je konventioneller wir geworden sind, desto gewaltsamer müssen unsere Filme heute sein.